Moin und hallo und willkommen zu einem neuen Wimmelbildspiel, den Märchenmysterien der Pumpenspieler in der Sammleredition. Dann springen wir doch gleich mal rein. Airborshire, das Abenteuer. Okay, in Bella Isles müssen wir erst noch freischalten. Wenn wir mit der Hauptstory abgeschlossen haben, können wir da direkt loslegen. Also legen wir doch direkt erst noch mit der Hauptstory los. Aber Schweine. Äh, wir spielen das nochmal. Ist ja zu schön gedacht. Und, äh, ja, dann geht's nicht los. From generation to generation, the story lasts. But every tale has its true, bitter beginning. Rette die Kinder. Das ist mein erster Auftrag. Magigramm. Würdest du gerne die interaktive Hilfe in Anspruch nehmen? Möhm, ich denke mal nicht. Ein paar Wimmelbildspieler habe ich schon gespielt. Ich hoffe mal, dass hier nichts Neues dazu kommt. Ähm, von daher sollte das dann eigentlich klappen. Äh, ihr Tutorial wirklich überspringen? Ja. So, damit nochmal herzlich willkommen zu Märchenmysteries oder Fairytale Mysteries. Ähm, The Puppet Master. Puppet Master? Der Puppenspieler auf jeden Fall. In der Sammleredition. Was haben wir denn hier? Die GG Magigramm. Wir hoffen, dass du gut angekommen bist. Der Hof des Detektivs ist oft mühselig und es gibt viele Ungeheuer da draußen. Dein erster Auftrag ist kein einfacher. Suche unseren guten Freund, den Silbernen Magier, auf. Hier gibt es ein größeres Geheimnis, als wir uns vorstellen können. Wir werden dich durch den Magieschleier kontaktieren, wann immer es uns möglich ist. Jedoch müssen wir auch anderen Detektiven zur Seite stehen. Wir wünschen dir viel Glück, die Gebrüder Grimm. Aha, die Gebrüder Grimm sind hier sozusagen eine Institution. Auch nicht schlecht. Ähm, was gibt es da was tolles? Da, was gibt es da noch so tolles? Das ist, wo wir unsere Stand machen. Keine Angst vor der Dunkelheit. Wo immer wir unsere Torchen schreien, werden wir diesen Gebrüdern ausmühen. Sie sagen, er schützt hinter einem Kürtchen. Er kann nicht von uns schützt. Wir werden ihn zerstören. Keine Angst vor der Dunkelheit. Wir werden Justiz haben. Okay, der Mob ist also schon da. Das ist immer schwierig. Wenn man da ein bisschen Stimmung macht und die richtigen Leute anspricht, dann geht das gleich schon los. Wenn die Leute, naja, sich aber mitreißen lassen, ohne darüber nachzudenken, worum es überhaupt geht. Hm, da leuchtet es schon, sehe ich gerade. In, ähm, in jeder Legende oder jeder Geschichte ist auch ein Körnchen Wahrheit drin, stand auch am Anfang. Das, äh, gehe ich mal auch davon aus, dass das stimmt. Da ist also die Bühne, also wollen die bestimmt hier hin. Und, äh, du bist der Puppenspieler oder was? Ne, du bist eigentlich der, der Magier sein. Aber erstmal gucke ich da noch nach. Der Haken steckt fest, ich brauche etwas, um ihn herauszuziehen. Ähm, habe ich leider noch nicht. Gibt es hier noch irgendwas zu gucken? Ne, mach mich nicht, ne? Muss ich mit dir erstmal sprechen, dann sprich ich mit dir erstmal. Okay, neues Ziel, Dorf, erreiche, äh, Magier habe ich gefunden. Das ist also, ja, eigentlich schon eine, eine magische Stadt. Zauberladen ist da, was ist hier? Da ist noch was. Ein Seil. Das hilft mir aber nicht, das da rauszuziehen, ne? Oder, kann ich das da dran machen? Okay, das geht also. Jetzt habe ich einen Endhaken gekriegt. Ähm, gibt es hier noch irgendwas zu gucken oder so, zum Einsammeln? Es gibt ja bei Wimmelbildspielen immer ein, äh, eine Sache zum Einsammeln. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, was hier sein könnte. Da ist nix. Da konnte ich nix mehr machen sonst. Ne, ne? Den Mob lasse ich mal in Ruhe. Habe ich nur von weitem beobachtet. Das heißt, sie haben nicht mitgekriegt, dass ich da bin. Ich muss mal einen Zauberladen. Cool. Was ist das hier? Da ist ein Schlüssel. Ich muss diese Glastür öffnen, wenn ich den Schlüssel will. Okay. Da ist noch so ein Schlüssel drin, ne? Das sieht ziemlich abgefahren aus. Da oben ist was zum Einsammeln. Ich komme nicht heran. Endhaken. Das ist aber gefährlich. Wie kann ich die nur öffnen? Mit einem Schlüssel würde ich pauscheln, aber ob der da drin ist. Okay, was haben wir hier? Jetzt geht's schon los. Wow. Ähm. Vorher geschlossen. Buchstabe M. Dominostein. Zauberstab, Zahnbürste, Mond. Goldfisch, Skorpione, Taube. Ähm. Gucken wir mal. Äh. Skorpion ist hier. Was suche ich denn überhaupt noch? Zahnbürste? Zahnbürste, Buchstab, Dominostein. Sehe ich auch gerade nicht. Ähm. Ein Goldfisch und eine Taube. Ist mir hier auch gerade da. Ist ein Goldfisch. Eine Taube sehe ich jetzt nicht. Das Buchstabe M. Eine Taube. Monde. Monde, Monde. Wo sind die Monde denn versteckt? Ein Vorhängeschloss brauche ich auch noch. Ähm. Dass ich jetzt gerade nicht zwei Monde baue. Ich noch ein Dominostein ist, äh, da. Wo haben wir denn? Was haben wir denn hier links? Da ist noch ein Schmetterling versteckt. Der ist auch gut getan, muss ich zugeben. Ähm. Da ist sogar noch ein Lock im Spiegel. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ähm. Nö, nö, nö. Zahnbürste. Da ist ein Mond. Der andere Mond versteckt sich wo? Sehe ich gerade nicht. Das ist ein bisschen doof. Ein Vorhängeschloss da. Ist noch ein Vorhängeschloss? Eine Zahnbürste brauchen wir noch. Hier ist noch ein Mond direkt vor meiner Nase. Das ist eine Bürste, aber keine Zahnbürste. Die sind ein bisschen besser versteckt, muss ich zugeben. Hier, die Sachen. Und wo bitte schon ist der Zauberstab? Das hier. Direkt vor meiner Nase. Ich war mir erst nicht sicher. Ich dachte, das wäre nur noch ein Zeigestab. Aber macht ja Sinn. Eine Zahnbürste muss ich jetzt noch finden. Wo finde ich die denn? Eine Bürste ist hier, aber keine Zahnbürste. Das wäre eine ziemlich große Zahnbürste. Beziehungsweise ich will nicht wissen, was es für ein Mund ist, der denn die Bürste braucht hier. Eine Zahnbürste. Die sehe ich jetzt noch gerade gar nicht. Das ist jetzt ein bisschen bescheiden. Fangen wir mal von links an. Das ist ein Hut oder sowas. Weiß ich nicht genau, was hier oben drauf liegt. Weiß ich nicht. Trauben, Schmetterling, irgendeine Blume, eine Sonne. Gerade das ist ein Würfel, sehe ich gerade hier. Der ist auch gut getarnt. In der Lampe. Seile. Nee. Zahnbürste. Ich sehe nichts. Da ist noch ein Hut. Gläser. Eine Zange. Eine Schriftrolle. G-Stock. Das ist die einzige Bürste, die ich hier sehe. Das ist doch keine Zahnbürste, oder? Nein. Ich wollte schon sagen. Wo ist die Zahnbürste versteckt? Da ist die Zahnbürste. Das ist doch eine Zahnbürste. Ganz am Ende. Da habe ich nicht geguckt. Zauberstab. Okay. Allein auf der Suche beende ein beliebiges Wimmelbild, ohne einen Tipp zu benutzen. Okay. Und was bringt mir dieser Zauberstab jetzt? Mit der Truhe? Ernsthaft? Aber, Kadabra? Simsalabim, öffne dich. Okay. Was war das? Das ist ja nicht so toll. Da ist eine Axt. War die vorher auch schon da? Habe ich gar nicht gesehen. Ähm, da fehlt ein Mond. Ich weiß nur nicht genau, wo ich den finden soll. Hier ist ein Mond. Die Waage weiß ich jetzt nicht, wo die hin soll hier. Oh oh. Sie haben den Wohnwagen in die Luft gejagt. Das ist ein Wohnwagen gewesen? Das ist wie ein ganzes Haus. Das ist aber nicht gut. Was denn hier passiert jetzt alles? Das ist explodiert oder was? Da kann ich nicht drüber springen. Ich muss eine Art Brücke bauen. Okay, dann nimm die Leiter. Und ein paar Bretter wären nicht schlecht. Haben wir noch ein paar Bretter hier? Was ist das? Das ist eine Benzinpfütze. Toll. Dann zum Tor. Und wer bist du? Du sollst nicht hier sein! Äh, okay. War das der Puppenspieler oder wer war das? Was ist das? Ein Fackelstab. Da fehlt natürlich der Schlüssel. Abgeschlossen. Das ist immer abgeschlossen. Was ist hier? Ich muss irgendwie diese Stäbe auseinanderbiegen. Und wenn man das zangt, wäre das vielleicht nicht schlecht. Ich weiß nicht mal, was das ist. Das sieht aus wie ein Pedal, ne? Du hast noch ein Schwert. Du hast was in der Hand. Ne, du hast nichts in der Hand. Normalerweise soll die Statue was in der Hand halten. Ein Fackelstab? Ähm, ne? Keine gute Idee. Okay. Ne, Quatsch. Du hast hier. Du hast doch Schwert und, ähm, Waage. Du bist doch Justizier. Einen Mondschlüssel haben wir gefunden. Ich weiß noch ganz genau, wo wir den brauchen. Gibt's doch nichts zum Sammeln oder so? Ich bin immer noch auf der Suche, dass ich hier irgendwas anklicken muss, was ich sammeln muss. Irgendwas gibt's doch immer. Aber ich seh hier tatsächlich immer gar nichts. Ist nichts zu sehen, ne? Das Horn gehört auch nicht dazu, nein. Na gut, den Oh-Oh. Oh. Ich habe nicht meine Daughter gefunden. Niemand weiß, wie viele Kinder missing sind. Und der Mob macht Dinge schlimmer. Dankeschön, Herr Magier. Das ist die Tochter. Okay. Dann gucke ich jetzt noch mit dem Schlüssel. Den Sternenschlüssel. Das hilft mir schon weiter. Das ist tatsächlich eine Glasscheibe. Ich dachte echt, das ist nur so ein Vorhang da dran. Okay. Jetzt muss ich nochmal suchen. Spielkarten haben wir hier. Äh, drei Stück und da. Scheuerbürste ist hier. Eine Schutzbrille ist da. Eine Krawatte hängt hier. Ein Baseball ist hier. Ein Fächer ist da. Zange. Die brauche ich eigentlich noch. Ein Fernglas. Da. Ein Hufeisen ist hier oben. Und das war's schon. Wow. Ben, ein beliebiges Wimmedlitzspiel in weniger als einer Minute. Okay. Eine Zange. Die brauche ich. Das war's. Dann gehe ich mal wieder zurück. Da kann ich nichts machen. Dann, ne. Ich bin also ein Detektiv. Ein Magier-Detektiv. Warte mal. Die Fackel kann ich doch hier mit trinken. Ich bin natürlich auf etwas anderes. Ich sollte was anderes versuchen. Schade. Der Fackelstab wird doch Sinn machen hier. Oder muss ich erst einen Lappen haben? Die sollen mit der Zange. Man muss echt Kraft haben. Also mit so einer kleinen Zange das wegzubiegen. Jetzt habe ich ein Pedal. Eine verbogene... Ne, das ist eine Klinke. Die beträgt jetzt auch nicht. Okay. Sieht aus wie ein Pedal. Muss ich zugeben. Ähm. Schlüssel. Klicke auf zwei Teile, um sie zu vertauschen. Vertausche ich sie so lange? Bis sie ein Bild ergeben. Dazu müsste ich erst mal wissen, wie das Bild anfängt. Ähm. Das ist was Gebogenes. Das sieht aus, als gehört das hier nach unten. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Mach das mal hier hin. Gehört das zusammen? Das kommt da oben drauf. Und das da drauf. Ähm. So. Ich weiß nur nicht genau, was es werden soll. Dann das da hin. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Ähm. Was haben wir denn noch? Das sind noch so Endstücke. Das sieht aus, als gehört das in die Mitte. Bin mir aber nicht sicher. Weil das hier so anschließt, ne? Aber das gehört zusammen. Bin verwirrt. Und, äh. Wie, das kann ich nicht mehr wechseln? Doch, das kann ich wechseln hier. Das aber nicht mehr, komischerweise. Okay. Merkwürdig. Habe ich da was richtig gemacht oder was falsch gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Das kommt... Nicht da hin. Was ist das hier? Das weiß ich noch nicht. Das sieht aus, als passt das hier schon. Dann kommt das hier hin. Und das kommt da hin. Das kommt da hin. Das sieht doch schon aus, als wenn das passen könnte. Da müsste auf der rechten Seite aber auch sowas blumenähnliches sein. Oder bin ich jetzt doof? Da geht schon was lang. Ja, ich glaube. Ähm. Dann müsste das aber hier rüber. Das, äh, passt hier aber auch da irgendwie nicht. Wenn ich dich da hinlege, passt das, ne? Genau. Das ist schon besser. Komm her, hier. Das passt nicht. Okay. Schade. Ähm. Da fehlt noch eine Spitze. Muss ich mal gucken. Tja, ich tüftel hier noch ein bisschen rum. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, sind wir in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.